Ja, hallo, schönen guten Tag, ich bin Nele vom eBildungslabor und mein Thema heute, was ich vorstellen möchte, ist OER mit offenen Web-Tools. Die erste Frage, die man sich da stellen kann, ist wahrscheinlich, warum soll ich denn jetzt eigentlich mein OER, mein freies Bildungsmaterial, unbedingt mit dem offenen Web-Tool erstellen? Im Prinzip könnte ich ja auch einfach das Programm nehmen, was auf meinem Rechner eben gerade gespeichert ist, mein LibreOffice, mein Word, ich schreibe das und schreibe dann die offene Lizenz dazu. Meine Ausgangsthese, weshalb ich das mit den offenen Web-Tools so spannend finde, ist, dass ich sagen würde, OER können ja im Prinzip auch viel mehr sein als einfach Bildungsmaterialien in der offenen Lizenz. Es ist jetzt natürlich so, wenn man die enge Definition sich anguckt, dann heißt OER natürlich einfach erst mal, ich habe ein Material mit einer offenen Lizenz. Mehr wäre dann aber so, dass ich eben nicht nur sage, es hat diese offene Lizenz, sondern ich nutze das auch und ich erstelle das im Rahmen von einer offenen Bildungspraxis. Und das ist dann eigentlich auch das, was ich das tatsächlich Spannende an OER finde. Das andere ist auch schon eine sehr tolle Sache, wenn die offene Lizenz da drauf ist und ich das weiterverwenden kann. Aber dieses, ich mache das auch anschlussfähig und nutze das für eine offene Bildungspraxis, ist natürlich noch mal deutlich spannender und kann dann auch noch mal sehr viel mehr. Und um die Idee, sich so ein bisschen klarer anzugucken, habe ich das SAMER-Modell, was ja im Kontext von digital unterstützter Bildung ziemlich viel sich angeguckt wird, als eine Grundlage genommen und überlegt haben, na man kann das ja vielleicht so ein bisschen remixen und es genau für diesen Gedanken übertragen. Dann vielleicht zur Einführung nur mal, das SAMER-Modell müssen wir uns jetzt nicht ganz im Detail angucken, sondern nur als Idee. dass es ein Stufenmodell ist, mit dem man reflektieren kann, wie der Technologieeinsatz im Bildungskontext erfolgt und wie dann auch die Bildung sich dadurch verändert. Und die beiden Gegenpole, die zwei am weitesten auseinanderliegenden Stufen sind sozusagen die der Substitution und die der Redefinition. Ich kann also einfach sagen, mit Technologieeinsatz bleibt die Bildung einfach ganz genau gleich, so wie sie vorher war, nur dass eben irgendwie noch ein bisschen was Digitales dazu kommt. Also das Buch wird zum E-Book. Wenn ich aber auf der Stufe der Redefinition bin, dann mache ich Bildung tatsächlich ganz anders. Ich hätte vielleicht gar nicht mehr sowas, dass ich an Lernende sowas wie ein Buch weitergebe, sondern es wäre vielleicht so, kollaborativ erstellen die gemeinsame Präsentation und veröffentlichen die dann auch so. Das sind diese beiden Stufen, die wir haben. Und das versuche ich jetzt zu übertragen auf die Frage der ORR-Erstellung. Und da ist meine These, dass wir eigentlich in drei verschiedenen Dimensionen uns angucken können, wie wir diese zwei Stufen vom SAMO-Modell, die zwei ganz weit auseinanderliegenden Stufen, also die der Ersetzung und die der Neubelegung, auch übertragen können auf die Frage der ORR-Erstellung. Und ich glaube, dass man da beim Sozialen, beim Format und bei der Didaktik sich einfach Sachen angucken kann, wie man das da gestaltet. Und um das praktischer zu machen, habe ich das so ein bisschen mit Leitfragen nochmal für diese drei Dimensionen aufgeführt. Und man kann es auch praktisch einfach erzählen, was dann damit gemeint ist. Also im Bereich des Sozialen, wenn wir dieses erste Beispiel hatten, wo ich gesagt habe, ich mache einfach mein Word auf und ich schreibe da einen Text runter und dann schreibe ich halt die offene Lizenz dazu, dann wäre das ja im Normalfall so, dass ich das Ganze alleine erstelle. Ich gucke im Normalfall auch nicht, was vielleicht irgendwelche anderen Menschen schon mal gemacht haben, sondern fange einfach von neu an, das in irgendeiner Form zu schreiben. Und ich werde im meisten, in den meisten Fällen das auch so machen, dadurch, dass ich ja einfach lokal an meinem Rechner schreibe, dass ich das dann nicht unbedingt auch breit weitergebe. Oft ist das irgendwie so, ich lade das vielleicht auch auf eine geschlossene Lernplattform irgendwie hoch, wo das erstmal nicht so viele Leute sehen. Und das ist in meiner These im Bereich des Sozialen, alles der Bereich, wo wir OER eigentlich nur in der Ersetzungsperspektive von proprietären Materialien sehen, aber noch nicht in der Perspektive der Neubelegung. Und das kann ich jetzt auch weitermachen für Format und Didaktik. Beim Format wäre es dann eben, teile ich das dann so, dass tatsächlich andere Menschen das auch weiter nutzen können. Also dieses Beispiel, meine Word-Datei, wenn ich daraus dann sogar noch ein PDF machen würde, dann ist es natürlich relativ eingeschränkt, was Menschen damit anfangen können und wie sie das auch weiter bearbeiten können. Wenn ich das eben in einem offenen Format teile, ist das remixbar, es kann da auch noch was Neues draus entstehen, was anderes draus entstehen. Und schließlich dann die Frage der Didaktik. Als Pädagogin, als Pädagogen, als Lehrende ist es natürlich ganz intuitiv, dass wir erstmal denken, wie mache ich denn ein Material, wie wir lehren können. Aber das tatsächlich Spannende an OER ist ja, dass ich mir die Frage stellen kann, wie können denn dann nachher Menschen mit diesem Material lernen. Also auch hier der Switch eigentlich von der Perspektive, wie lehre ich mit etwas hin eben, wie lerne ich mit etwas. Und die These ist jetzt, wenn wir uns diese Neudefinierungsebene angeguckt haben bei der OER-Erstellung, im Gegensatz eben zu der Ersetzungsebene, dann ist meine These, dass ich denke, offene Web-Tools können das total gut befördern, dass ich das wie durch so einen kleinen Stups fast schon automatisch hinbekomme, dass ich OER cool im Sinne von, die haben auch eine offene Bildungspraxis und eben nicht nur, das sind eben einfach nur Materialien mit einer offenen Lizenz. Was ich dann, also warum das so ist, was man sich dann angucken kann, ist, dass offene Web-Tools sehr, sehr häufig drei Kriterien einfach umfassen oder aufweisen, die dafür sorgen, dass diese Neubelegung stattfinden kann. Das ist erstens die Souveränität. Ich behalte also die Hoheit über die Inhalte und gebe die nicht irgendwie ab. Viel wichtiger noch ist das Teilen. Die sind fast automatisch irgendwie online im virtuellen Raum da. Ich kann die irgendwie exportieren. Oft kann ich auch irgendwie einen Link teilen. Und in den meisten Fällen ist in das Tool quasi selbst auch schon irgendwas integriert, dass der Remix einfach sehr, sehr simpel und intuitiv erfolgen kann. Und mit diesen drei Kriterien, wenn sowas im Tool aufweist, schaffe ich das dann eben, dass das OER mit einer anderen Praxis erstellt und auch mit einer anderen Praxis genutzt werden kann. Ich habe drei Tools mitgebracht, die ich für, ja, sehr, sehr gut oder gerade auch für den Einstieg als sehr sinnvoll geeignet finde, um sich das Ganze mal anzugucken. Das erste ist H5P als ein Tool. Mit dem kann ich interaktive Online-Bildungsmaterialien erstellen. Und wenn wir uns jetzt diese Kriterien angucken, die wir vorher hatten, also wie erstelle ich die im Sozialen, wie erstelle ich die vom Format her und wie gehe ich sozusagen vom Lehren oder vom Lernen aus, dann ist es bei H5P vor allen Dingen bei den ersten beiden Dimensionen, beim Sozialen und beim Format so, dass H5P das unwahrscheinlich klasse die Möglichkeit bietet, zu sagen, ich kann da was erstmal gar nicht von neu auf erstellen, sondern ich kann tatsächlich gucken, was haben vielleicht andere Menschen an H5P-Materialien erstellt. Ich kann das dann nehmen, runterladen und beliebig weiter bearbeiten und anders umgestalten und dann auch veröffentlichen. Und auch bei der Veröffentlichungsversion ist es so, dass ein H5P-Inhalt dann einfach im Netz steht und genommen werden kann, auch an andere Stelle eingebettet werden kann und eben jede Person, die das findet, auch diesen Ich-will-das-remixen-Button sozusagen findet, sich das runterladen kann und sich das weiter bearbeiten kann. Also für den Hintergrund H5P als ein Beispiel von einem offenen Web-Tool, mit dem diese ORR-Stellung als offene Bildungspraxis funktionieren kann. Das zweite Tool, was ich mitgebracht habe, ist Codemd. Das ist auch eine Open-Source-Software. Manche kennen vielleicht Etherpads als eine Möglichkeit, um kollaborativ miteinander zu schreiben, also über eine Online-Schreibumgebung und man teilt dann sozusagen einfach den Link und kann dann gemeinsam in ein Dokument schreiben. Dieses Prinzip gibt es dann auch bei Codemd. Also ich mache das erstmal ganz genau gleich, dass ich ein Dokument anlege und dann den Link teile und andere können auch darauf zugreifen. Codemd kann aber noch viel, viel mehr als so ein einfaches Etherpad und das liegt daran, dass die Umgebung, in der dort geschrieben wird, das sieht vielleicht auf den ersten Blick immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, dass das das sogenannte Markdown ist. Es ist nicht schwierig zu erlernen, aber Markdown kann dann ziemlich viel gestalten. Ich kann mit so einem Codemd dann zum Beispiel sowas machen, dass ich mein Dokument ganz einfach umwandle in eine Präsentation. Ich kann verschiedene Bilder einfügen, ich kann Videos einfügen, ich kann auch, wenn wir es gerade hatten, H5P-Inhalte da mit reinsetzen und ich kann es dann auch auf verschiedene Arten und Weisen veröffentlichen, dass ich entweder sagen will, ich möchte das in so einer Umgebung haben, dass auch weiter Menschen daran mitschreiben können oder ich kann eben sagen, ich veröffentliche das so, dass es quasi wie eine Webseite im Netz aussieht, wo dann auch Leute gar nicht auf den ersten Blick sehen, dass man da auch kollaborativ daran schreiben könnte. Und das ist natürlich für die OER-Erstellung eine ziemlich schöne Sache und gerade diesen Aspekt, erstelle ich was allein oder erstelle ich was gemeinsam mit anderen, ist natürlich mit Codemd total gut in die Richtung zu erweitern, ich erstelle gemeinsam mit anderen, weil ich nur den Link teilen muss und dann können wir alle auf dieses Dokument zugreifen und gemeinsam daran schreiben. Ja und das dritte Tool ist dann eigentlich gar nicht ein Tool, sondern eher eine Plattform. Das ist Glitch, erreichbar über Glitch.com. Glitch kann man sich vorstellen wie so eine Anlaufstelle für Menschen, die Webprojekte, die Code gestalten und die das dann auf eine sehr einfache, niederschwellige Art und Weise im Netz veröffentlichen wollen und die gleichzeitig noch weiter die Möglichkeit haben wollen, daran weiterzuarbeiten, weiterzubasteln. Von daher ist Glitch zuerst mal sowas eine spannende Plattform, das kann man auch einfach besuchen und mal gucken, was haben denn da andere für coole Web-Anwendungen gemacht und wie könnte ich die vielleicht auch für mich nutzen, was finde ich da denn vielleicht spannend ist. Also vielleicht finde ich irgendeine Workshop-Uhr oder einen Timer oder irgendein Aufgabenzuteilungsmechanismus oder irgendeinen Generator für irgendwelche Zufallsanzeigen. Sowas finde ich erstmal alles auf Glitch und kann es nutzen. Jetzt sind wir aber ja in der Perspektive, dass wir sagen, es geht darum, wie kann ich denn auf eine gute Art und Weise OER erstellen. Und da kann ich eben Glitch ganz genauso als ein offenes Web-Tool nehmen, um OER zu erstellen. Aber der Clou ist, dass ich selbst gar nicht eine codende Person sein muss, und eigentlich relativ wenig Ahnung auch von Code selbst haben muss, um da auch was als ein OER gestalten zu finden. Weil ich sagen kann, ich schaue mir einfach an, was andere gemacht haben, genau wie ich das bei H5P vielleicht machen würde, klicke auf den Remix-Button, nehme sozusagen alles einmal rüber und gucke dann, wo steht denn hier was, bin dann schon im Code drin, also ich sehe dann HTML, da darf ich vielleicht nicht davon erschrecken, aber ich kann einfach immer so vorgehen, dass ich mir sage, was steht denn auf der Webseite, wie sie aussieht und wie kriege ich das denn dann vielleicht, wo finde ich hier diesen Text und dann passe ich den an und das aktualisiert sich direkt und ich habe dann diese Webseite im Netz stehen. Darum umfasst Glitch eigentlich sehr, sehr viel, was wir an diesen Dimensionen alles gesehen haben. Ich kann wunderbar auf andere Sachen aufbauen. Glitch hat auch eine Kollaborationsfunktion drin, also ich kann einen Link suchen, den ich dann mit anderen teilen kann, sodass die mit mir direkt in der Webseite auch mitschreiben können und ich habe dann eben auch die Veröffentlichungsart und Weise auf eine sehr offene Form, dass es sozusagen jeder sehen kann, jeder nutzen kann und es eben nicht irgendwo versteckt ist und jeder kann dann eben auch von meinem Projekt den Remix-Button nehmen und das entsprechend weiter. Was dann eigentlich entstehen kann, darüber haben wir jetzt wenig geredet, das war die dritte Dimension, diesen Switch dann auch zu machen von der Perspektive, ich gehe vom Lehren aus oder ich gehe zum Lernen hin, das wäre dann was, das kann man alles mit diesen Tools machen, aber das steckt natürlich in diesen Tools noch nicht automatisch drin, sondern da müsste man sich selber dann überlegen, was wären denn dann eigentlich gute OER, die auch in so einer pädagogischen Perspektive so eine offene Bildungspraxis ermöglichen. Dann habe ich einfach vier Beispiele aufgeschrieben, wo ich denke, da könnte es so ein bisschen mit OER hingehen und das würde dann vielleicht helfen. Also sowas zu machen, ja, einfach eine Anleitung zu erstellen für Lernende, gibt es zum Beispiel ein Beispiel auf Glitch, wo das da ist, wo gezeigt wird, wie kann ich eine interaktive Geschichte erstellen. Das ist dann ein Material, das richtet sich nicht an Lehrende, die sozusagen gezeigt kriegen, wie sie mit Schülerinnen und Schülern eine interaktive Geschichte erstellen, sondern es richtet sich eben an Lernende, die das dann aufgreifen können und den projektorientierten Lernenden sagen können, ja schön, wir erstellen da eine interaktive Geschichte. Ganz gut finde ich auch die Perspektive, OER-Materialien zu erstellen zum Peer-to-Peer-Lernen, also auch da gar nicht mehr unbedingt davon auszugehen, dass ich eine lehrende Person brauche, sondern dass ich auch sagen kann, ich kann eine Gruppe von Menschen haben, die findet es spannend, zu irgendeinem Thema zu lernen und findet dann eben OER-Materialien, die sie dabei unterstützen kann. Online-Erkundungen ist dann vor allen Dingen bei Glitch eine schöne Perspektive, dass ich eben solche Tools, solche Web-Anwendungen damit gestalten oder remixen kann, wo ich sagen kann, Lernende gehen da drauf, versuchen was, probieren was aus, testen was rum, also genauso wie ich vielleicht auch Experimente in den Naturwissenschaften ganz real und analog machen kann, eben sowas auch in den virtuellen Raum zu übertragen. Und dann natürlich die ganze große Perspektive, es wird ja sehr viel darüber diskutiert, was ist zeitgemäße Bildung, was sind auch Unterrichtsideen dazu, dass die Materialperspektive vielleicht gar nicht mehr so sehr dieses sein muss, was gebe ich dann nachher an Lernende raus, sondern dass auch OER als Erfahrungsberichte, als Vorlagen, als Konzepte unwahrscheinlich hilfreich sein können, um Menschen zu unterstützen, zu einer OER-Erstellung zu kommen, die dann diese offene Bildungspraxis beinhaltet. Ja, wie klappt das oder wie kriegen wir das hin? Ich glaube sicherlich nicht, wenn wir uns alle gemeinsam, also alleine zu Hause hinsetzen und nur für uns ein bisschen gucken, wie wir was aufschreiben können oder was produzieren oder was machen können, sondern ich glaube, dass gerade, wenn man zu dieser Neubelegungsperspektive von der OER-Erstellung kommen will, dass es dann ganz wichtig ist, zusammenzukommen, gemeinsam an Sachen auszuprobieren, gemeinsam Sachen zu machen. Ich finde die OER-Camp-Werkstätten da ein sehr, sehr großartiges Format, wo eben ja genau das stattfindet, also dass man zusammenkommen kann, gemeinsam was ausprobieren kann, damit aber eben nicht alleine gelassen wird, sondern Unterstützung dazu erhält. Ja, das war ein erster grober Überblick zu OER-Erstellung mit offenen Web-Tools. Ich freue mich darüber, wenn Menschen auch mit daran weiterdenken können. Ich bin erreichbar über Twitter, über meine Webseite oder über E-Mail. Nehmt gerne Kontakt auf und vielen Dank fürs Zuhören. Applaus 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 Applaus